So, gut luck euch. Ja, eigentlich schon. Die hästlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Ich mal auf wet starten, jetzt hab ich von hinten nochmal doppelt scheiße. Ja. Das wird geil. Wir werden so in der DS-Train stecken. Hm, 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 hm. Pipo, mega Frühstatt. Der bleibt stehen. Na, da bleibt wieder einer. Na, das ist ja ein Witz. Da bleibt wieder einer stehen. Na, furchtbar. Ich weiß nicht, bennen die Leute oder was? Na? Ich verstehe. Da bleiben sie auch verstehen. Das ist ja so heftig. Geht Pipo den Platz eigentlich jetzt zurück? Er gibt einen Platz zurück. Boah, boah, ich schmeich nicht. Der Pipo fuhlt 3 Sekunden vor mir los. Aber, ah. Das ist gut. Ja, wir haben jetzt beide schon... Wie viele Plätze? 4 gewonnen? Da war eine Menge los. Ja, am Anfang. Was macht denn der da vorne? Wir sind nach Runde 1 noch auf derselben Position. Nicht großartig, aber auch nicht schlimm. Bleib konzentriert. Scheiße. Scheiße. edy